Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So liebe Leute, wir sind wieder da. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern und wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein und ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen, dass wir wieder da sind. So, wir beginnen wie immer, so auch heute, am Montag mit einer freien Themennacht und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50, wie immer, kostenfrei für euch oder mailt uns domian.wdr.de und bitte nicht eure Telefonnummer vergessen, in die Mail reinzuschreiben. So, es geht los mit Stefan und Stefan ist 46. Hallo Stefan. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, weswegen rufe ich bei euch an? Zu einem ganz aktuellen Thema, nämlich Osama Bin Laden. Oh ja, das ist natürlich das Top-Thema heute gewesen. Aus einem ganz bestimmten Grund, wahrscheinlich anders, als die meisten jetzt annehmen mögen. Ich habe heute auf ProSieben, auf einer Videotextseite, eine Zuschau-Umfrage gelesen und da ist mir, ich bin da erst sehr, sehr nachdenklich geworden und da ist mir die Hutschnur hochgegangen, nämlich mit dem Text oder die Frage, Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden ist tot, feiern sie heute. Mit den Antwortmöglichkeiten, sie stimmen für mit Sicherheit oder er nicht oder halt mir egal. Ich finde das unmöglich. Und? Seit wann ist in diesem Land ein Tod eines Menschen, egal was er getan hat, im Grund zum Feiern? Ja, wie ist denn die Umfrage ausgegangen? Die ist noch am Laufen. Also 44 Prozent haben, das sind 298 Leute, haben mit Sicherheit geantwortet und die andere Hälfte dann eher nicht. Ich finde es auch viel schlimmer, dass eigentlich auch die Antwortmöglichkeiten eher so implizieren oder suggerieren, dass es einen Grund zum Feiern gäbe. Ich gehe mal davon aus, dass du die Bilder aus den Vereinigten Staaten gesehen hast, wie sehr die Menschen dort feiern. Die haben mich mega erschreckt. In Amerika, in Washington, in New York. Es ist fast eine volksfestartige Stimmung gewesen. Was denkst du denn dazu, dass er umgebracht worden ist? Ich finde das sehr bedenklich, weil es gibt immer noch internationales Recht. Ich würde es in Ordnung finden, wenn der meinetwegen vor den internationalen Gerichtshof gestellt worden wäre, statt einfach, ich sag mal so, wo leben wir heutzutage, dass irgendein Staat, wenn Leute unliebsam sind, egal was sie gemacht werden, vier Hubschrauber irgendwo hinfliegen, fragen noch vorher, ist er das? Und dann wird jemand hingerichtet. Und dann wird heutzutage in der deutschen Presse noch so ganz wohlwollend erzählt, dass er ja nun auch noch eine Sehbestattung gekriegt hat. Na toll. Also er erzählt ja zu den gefährlichsten Menschen der Welt. Er hat, wenn es denn alles so stimmt, sehr, sehr, sehr viel Leid zu verantworten. Wenn das wirklich alles so stimmt, weiß man das wirklich? Naja, von vielen Sachen geht man schon aus oder wo auch Bekenntnisstatements von seiner Seite, von seiner Organisation bekommen sind. Gut, mag ja alles sein, aber bei mir ist jetzt die Hauptüberlegung, in was für ein Land leben wir eigentlich, wo wirklich so suggeriert wird, dass jemand wird umgebracht und man müsste jetzt feiern. Also ich habe keine Flasche Bier deswegen drauf gemacht heute. Für mich ist das auch kein Grund zur Freude. Ja. Nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob du jetzt ein Bier zu Hause aufgemacht hast deswegen. Nein, natürlich nicht. Ich hätte mich auch nicht so ein, Entschuldigung. Nein, natürlich nicht. Ich muss ja sagen, ich habe auch ein zwiegespaltenes Gefühl. Natürlich bin ich froh, dass es diesen Mann nicht mehr gibt. Das muss ich sagen. Andererseits ist es schon ein merkwürdiges Unternehmen gewesen. Eine fremde Macht geht in einen fremden Staat, nämlich nach Pakistan und liquidiert dort eine Person, ohne dass dieser Staat so zu hören, informiert worden war vorher darüber. Das ist schon merkwürdig. Das befremdet mich auch etwas. Heute Abend war Helmut Schmidt im Fernsehen bei Beckmann, der das ja in ähnlicher Weise auch so gesagt hat. Das ist ja auch eine schwierige Sache. Natürlich wäre es wahrscheinlich für die ganze Welt und auch für das Renommee der Amerikaner viel besser gewesen, wenn sie ihn gefangen genommen hätten und vor einen internationalen Gerichtshof gestellt hätten. Das glaube ich auch. Definitiv. Nun weiß man ja nicht, was da alles abgegangen ist. Vielleicht war es wirklich so eine haarige Situation, dass man schießen musste und dass er dabei umgekommen ist. Wir wissen das ja alle nicht. Wir sind ja angewiesen auf die Auskünfte der Amerikaner. Ja, und die geben wahrscheinlich, ich vermute das mal oder unterstelle das jetzt einfach mal so, wahrscheinlich auch nur das an die Öffentlichkeit selbst, wobei sie halt gut aussehen. Was ich zum Beispiel nicht glaube, ist, dass die Amerikaner ganz würdevoll diesen Leichnam zur See bestattet haben, wie es heute zu lesen war. Es war zu lesen, dass er traditionell islamisch gewaschen worden sei, dass dabei heilige Texte gelesen worden sind. Und dann soll der Leichnam eingepackt worden sein in ein Leinentuch und dann bestattet. Also bei einem Aspekt den amerikanischen Freunden gegenüber, ich glaube, dass die sich sicherlich nicht diese Mühe gemacht haben. Ich weiß es aber auch nicht. Ich denke mir wirklich mal, ich sag mal so, die italienische Mafia macht auch Seebestattung. Nur die sehen dann anders aus, halt mit Betonfüßen oder du weißt schon, wie ich das meine. Also ich glaube das auch nicht. Grundsätzliche Frage noch an dich, Stefan. Es gibt ja die große Problematik des Tyrannenmordes. Und das ist jetzt bei dem Osama Bin Laden ein bisschen was anderes. Generell gefragt, befürwortest du das oder befürwortest du das nicht? Inwiefern meinst du das jetzt? Na, also ich befürworte zum Beispiel, also wenn man gezielt hätte Hitler erschießen können oder umbringen können, wenn man gezielt hätte Stalin umbringen können, wäre sehr, sehr, sehr viel Leid auf dieser Welt den Menschen erspart geblieben. Wahrscheinlich ja. Und das sind so Fälle, wo ich sagen würde, ja das ist moralisch auch legitim, obwohl man einen Menschen tötet. Aber da würde ich es abwählen. Es gab damals halt keinen internationalen Gerichtshof, vor dem man hätte zum Beispiel Stalin oder Adolf Hitler hätte stellen können. Es gab die Nürnberger Prozesse oder so, das schon. Ja, ich denke mir, die Amerikaner machen heutzutage teilweise Dinge, wo ich bin wirklich nicht rechtsradikal, um Gottes Willen. Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Aber ich denke mir, die machen heutzutage Dinge, wofür Leute 1945 in Nürnberg aufgehängt worden sind. Ernsthaft. Also, ich merke schon, du zählst wahrscheinlich zu vielen Leuten, die zumindest ein zwiespältiges Gefühl haben, ein gemischtes Gefühl haben. Ich habe mich viel mehr darüber aufgeregt, dass auch deutsche Sender sowas mitmachen und letztendlich einem das Gefühl vermitteln, man müsste es feiern. Man muss diese Sender ja nicht gucken. Nein, ich habe es doch nur gelesen, um Gottes Willen. Ich verstehe. Heute war interessant auch noch, es gab einen Bericht im ZDF oder ich weiß nicht, irgendwo, aus Ägypten. Und man machte eine Straßenumfrage. Das war so halb-halb. Also, es gab Leute, die sagten, es ist gut, dass er tot ist. Er hat den Islam in den Dreck gezogen. Er hat dazu beigetragen, dass der Islam ein so schlechtes Image auf der Welt bekommen hat. Und es gab natürlich auch die andere Seite, die empört war und gesagt haben, die Amerikaner hätten nicht das Recht dazu. Ja, ich finde das wirklich sehr bedenklich, irgendwie, wie heutzutage die Meinungsbildung in einigen Sendern funktioniert. Und nenne ich, was man über den Sender sieht und liest und was da so getan wird. Also, mit Demokratie oder internationalem Recht hat das irgendwie nichts mehr so wirklich zu tun. Gut, eine Stellungnahme, eine Meinung von Stefan. Danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Stefan, bye-bye. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, auf eine Themennacht 0800 220 50 50. Wer gerne hier mit mir reden möchte, egal über welches Thema, sei es ein allgemeines Thema oder etwas Persönliches, dann meldet euch unter der bekannten Nummer oder mailt uns domian.atw.de. Hier ist Marianne und Marianne ist 38. Guten Morgen, Marianne. Guten Morgen, Domian. Marianne, schön, dass du da bist. Um was geht's? Also, mein Thema ist meine wiederentdeckte Sexualität nach, ja, nach langer Zeit, sag ich mal. Nach wie viel Zeit? Ja, eigentlich hatte ich keine eigene. Nie? Nicht wirklich. Was für eine Art von Sexualität hattest du denn, wenn du keine eigene hattest? Ähm, ich hab mehr oder weniger die, der, also, ich hatte eigentlich keine eigene. Ich hab das erst durch langjährige Therapie, äh, wiederbekommen. Wie hast du denn Sexualität in, in deinem Leben bisher gelebt? Gar nicht. Also, du hattest keine Partner? Ich hatte Partner, ähm, ich hab die Sexualität von denen mitgelebt, ja, aber keine Algen mehr irgendwo. Ich hab, ähm, mich nie fallen lassen können in einer Partnerschaft. Ja. Das heißt, du hast in all den Jahren früher, bis vor kurzem, auch keinen Orgasmus gehabt? Okay, das ist was anderes. Also, dann hatte ich doch eine eigene Sexualität. Aber, ähm, eine, vor der ich, für die ich mich geschämt hab, sag ich mal so. Was ist denn jetzt eigene Sexualität? Was ist dir denn klar geworden? Also, mir ist klar geworden, dass ich, ähm, okay, Liebe bekommt man nicht über Sexualität, weil, also, ich weiß nicht, inwieweit du informiert worden bist. Ich hab also, ähm... Nein, ich weiß gar nichts. Also, ich hab mit fünf das erste Mal was Sexuelles erlebt und, ähm, konnte das nicht einordnen, bin dadurch traumatisiert worden. Also, ein Missbrauch? Ja. Ja? Von wem? Äh, in meinem Albtraum, sag ich mal, ist es ein Fremder. Und, ähm, meine Schwester sagt, das wäre mein Vater gewesen. Ist das einmalig geschehen? Keine Ahnung. Ich kann's dir nicht sagen, also, ich erinnere mich nicht. Das ist natürlich... Du erinnerst dich nicht, aber du erinnerst dich doch. Woher weißt du's dann? Also, ich hab mit 28 in meiner, ähm, also, das ist jetzt knapp zehn Jahre her, da habe ich geträumt, dass ich in einen Weg gegangen bin und da war ein Rollstuhlfahrer, der hat dann mich zu sich in sein Haus gelockt und lag plötzlich auf mir. Das war aber ein Traum? Das war ein Traum, der immer wieder kam. War dein Vater Rollstuhlfahrer? Nein. Und wieso, äh, siehst du denn die Verbindung, dass dein Vater dich mit fünf Jahren sexuell missbrauchte? Also, unsere Familie ist ja, sag ich mal, nicht in Ordnung. Und meine Schwester hat mir gesagt, dass mein Vater das, ähm, mit uns gemacht hätte, also dass er uns angefasst hätte. Ach so, die Schwester hat auch, die Schwester kann sich konkreter erinnern? Richtig. Ah ja. Aber, äh, sie redet da nicht drüber, sie möchte auch gar nicht da drüber reden und ich musste allein durch, ne? Gab es denn später nochmal Erfahrungen dieser Art? Ja. Von welcher Seite aus? Ähm, ich bin mit 14, ähm, in, in eine Situation gekommen, äh, wo ich nicht ein und aus wusste und da bin ich an Menschen geraten, die, äh, ja, mich auch verkauft haben, das ist... Die dich verkauft haben mit 14? Mhm. Da warst du doch noch ein Kind und bei deinen Eltern. Ja, also, das ist eine lange Geschichte und ich sag mal so, äh, das geht noch sehr viel weiter. Wer hat dich denn verkauft, wer war das konkret? Ähm, das waren zwei junge Männer und ich bin mit meiner Mutter in Urlaub gefahren, in den Sommerferien. Sie hat den Mann mal kennengelernt und hat mich dort gelassen. Ähm, wie oft ist das passiert mit dem verkauft worden sein? Ja, es ging über vier Wochen. Ja. Deine Mutter hat nichts davon mitbekommen? Mhm. Ich hab mich geschämt, ich hab gedacht, das war eine eigene Schuld. Und diese Männer, die Bekannte von deiner Mutter waren, die haben dich dann wiederum als 14-jähriges Mädel an irgendwelche anderen verkauft und dafür Geld einkassiert? Richtig. Das heißt, du bist über mehrere Wochen vergewaltigt worden? Mhm. Mit 14? Mhm. Da hat man alles klar vor Augen und das vergisst man nicht mehr. Nie wieder. Nie wieder. Mhm. Du bist dann, ähm, im Laufe der Zeit auch in Beziehungen gewesen, hast du da angedeutet. Mhm. Richtig. Und, äh, hab ich das richtig fürstanden, dass du da so die Sexualität einfach über dich hast ergehen lassen, die deine Partner von dir haben verlangt? Ja. Also ich hab so funktioniert, wie man das erwartet hat. Mhm. Und jetzt? Was ist jetzt? Ja, jetzt hab ich jemanden gefunden, der, ähm, mich so liebt, wie ich bin. Mhm. Ähm. Seit wann hast du diesen Menschen gefunden? Im November. Ah ja. Mhm. Zum ersten Mal das Gefühl, so, da ist jemand, der liebt mich, wie ich bin? Ja. Ich fühl mich sicher und geborgen. Welche Auswirkungen hat das auf Sexualität? Ich kann mich fallen lassen. Ich kann überlegen, was ich möchte. Mhm. Welche Bedürfnisse ich habe. Was entdeckst du jetzt neu? Gefühle? Gefühle. Die hattest du gar nicht so sehr früher? Gar nicht. Obwohl du zu einem Orgasmus schon gekommen bist? Ja, aber eben nicht in Beziehungen, sondern ich hab also die Gefühle immer abgespalten. Mhm. Aber du hast den Orgasmus schon erlebt mit den Männern früher? Ähm, nein. Achso, mit dir selbst nur? Mhm. Achso, verstehe. Ah. Und das ist jetzt anders? Ja. Jetzt geht das mit dem Partner. Da ist noch was ganz Besonderes. Na, erzähl. Ähm, also ich hab das Gefühl, ich hab da auch mal im Internet nachgeschaut. Und zwar, ähm, wenn mein Partner bei mir in der Nähe ist oder wenn ich mit ihm schreibe oder mit ihm telefoniere, dann ist mein ganzer Körper am Tittern. Ähm, ich bin also aufgeregt. Es hätten jetzt auch verliebt sein. Ich weiß es nicht. Können wir so nennen. Ja, vielleicht. Ähm, aber das ist mehr als das. Also, das ist überwältigend einfach. Du lebst mit diesem Mann noch nicht zusammen? Mhm. Wie weit wohnt ihr auseinander? Ja, 100 Kilometer. Naja, geht ja noch. Ja. Das heißt Wochenendbeziehung. Richtig. Und er liebt dich so, wie du ihn auch liebst. Mhm. Das heißt, du schwebst auf Wolke 7. Ja, richtig. Hast du ihm alles erzählt von früher, die schlimmen Sachen? Ähm, also ich, ähm, hab ihm den Rahmen gesagt. Also jetzt nicht im Detail. Mhm. Um ihn nicht so, ähm, ja, zu verletzen oder mich da irgendwo, ja, als Opfer hinzustellen oder so, ne. Denn, also ich hab schon viel gemacht, wie gesagt. Und... Was hast du gemacht? Äh, ich hab alle Täter angezeigt. Ah, nee, das hast du noch nicht gesagt. Nee, das hab ich noch nicht gesagt. Ja, was heißt Täter mit, äh, du hast deinen Vater angezeigt? Ähm, das ist schwierig ohne Erinnerung. Genau, das meine ich. Mhm. Aber, äh, diese Sache, die... Also, meinen Vater kann ich nur, ähm, verzeihen und loslassen üben. Mhm. Da bin ich dabei. Ähm, das, was da mit 14 Jahren passiert ist, äh, konntest du diesen Menschen noch anzeigen, die das damals mit dir gemacht haben? Also, es ist ermittelt worden und es ist aber aufgrund, äh, der Beweise, die fehlten und, äh, weil ich nicht gesagt habe, dass ich dort bedroht worden bin, also nicht direkt bedroht worden bin, äh, ist das feingelassen worden. Also, ist, äh, strafrechtlich nichts rausgekommen aus der ganzen Sache, aber du hast es getan, das ist ja wichtig. Das war genau der richtige Schritt. Ja, glaube ich auch. Warst du auch in therapeutischer Behandlung? Ja. Also, seit 2005. Mhm. Und, ähm, ja, die Therapie läuft langsam aus. Ja. Aber das ist ja eigentlich eine tolle Erfolgsgeschichte, die traurig angefangen hat, ein Schlimm angefangen hat. Mhm. Und dann hast du den Dreh so hingekriegt für dich und findest dann auch noch eine tolle und große Liebe. Das ist ja ein Glück. Also, ich habe gestern auch irgendwo schon, ja, Freudenträgen gehabt, weil das so ein glückliches, tolles Gefühl ist. Mhm. Ja. Ähm. Und ich wollte eigentlich auch anderen Frauen Mut machen, die vielleicht eventuell, keine Ahnung, auch nicht gesund sind, auch eventuell da was für sich zu tun. Ja. Zu einem Therapeuten zu gehen, sich jemandem anzuvertrauen, erste Schritte zu wagen. Der Weg ist weit, aber er lohnt sich. Lebt dein Vater, leben deine Eltern noch? Ja. Wie ist das Verhältnis zu den beiden? Also, zu meinem Vater habe ich jetzt, ähm, also ich hatte zu beiden oder habe zu beiden eine Beziehung zu meiner Mutter, eher so telefonisch. Mhm. Und zu meinem Vater, da habe ich mich von abgegrenzt, ähm, weil, ja, im Grunde genommen er mich in einem Abhängigkeitsverhältnis gehalten hat. Mhm. Ahnt die Mutter, was du dem Vater vorwirfst? Sie weiß es. Sie weiß es. Wie hat sie reagiert, als du das gesagt hast? Dieses Schwein. Also, sie steht auf deiner Seite? Mhm. Das ist ja auch schon mal gut. Es gibt ja oft Fälle, wo die Mütter dann den Kindern oder später den Erwachsenenfrauen sagen, du spinnst, das hast du dir eingebildet. Im Grunde genommen habe ich das immer mal gedacht, ne? Mhm. Aber gut, ich konnte halt auch nicht so mich artikulieren. Mhm. Und ich erinnere mich, ich war mit sechs oder so, äh, in Willingen zur Kur. Mhm. Aber warum weiß ich auch nicht mehr, also, naja. Aber auf jeden Fall halt bis jetzt, war ich dann ganz aufgeregt. Ja, ich merke schon. Aber es ist ja, wie ich es gerade schon sagte, eine schöne Geschichte, die eine gute, gute Entwicklung genommen hat. Genau. Wozu ich dir sehr gratuliere und das toll finde und mich für dich freue, dass du eine große Liebe gefunden hast und vor allen Dingen mit den Menschen dich offensichtlich wirklich fallen lassen kannst und alles machen kannst und deine Gefühle leben kannst. Marianne, toll, dass du angerufen hast und uns das mal erzählt hast und somit dann sicher auch, das war auch dein Anliegen, vielleicht auch andere Betroffene angesprochen hast, dass sie nicht schweigen sollen. Schweigt nicht, wenn euch so etwas passiert ist. Richtig. Geht nach draußen. Holt euch Hilfe. Also man ist nicht hilflos, äh, man kann etwas tun. Genau. Es ist nicht leicht, aber es geht. Dann wünsche ich ein sehr, sehr langes Glück mit deinem Freund. Genießt es, genießt es beide und alles Gute wünsche ich. Dankeschön und alles Liebe an dich und an dein Team. Dankeschön, Marianne. Und macht weiter so. Okay, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, solltet ihr gerade mal durch die Programme gezappt sein. Wir sind wieder da. Wir freuen uns sehr und wir haben heute eine Freitemnacht. Und wenn ihr gerne mit uns reden wollt, dann meldet euch bitte unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian.wdr.de und vergesst bitte nicht eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Winfried und der ist 30 Jahre alt. Hallo Winfried. Hallo Domian. Hallo Winfried. Dein Thema? Mein Thema ist Knochenmarkspende oder auch Stammzelspende genannt. Du bist sehr krank? Nein. Nein. Ich bin der Spender. Ah, du bist der Spender. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Also ich war 2003 bei der Bundeswehr und so in der Endphase war die DKMS da und die hatten uns irgendwas von Knochenmarkspende erzählt. Das müssen wir eben erklären. DKMS heißt Deutsche Knochenmarkspende Datei. Datei, genau. Und dann haben wir uns da typisieren lassen und diese Typisierung besteht eigentlich darin, dass man Blut abnimmt, abgenommen bekommt, das wird ins Labor geschickt und dann wird dieses Gewebe untersucht und was für eine Art Gewebe das jetzt zum Beispiel ist. Und dann steht man da in so einer Kartei und dann, sag ich mal, wartet man, bis sich ein Spender meldet oder irgendeiner, der das gebrauchen kann. Und ich habe mir dann dabei gedacht, ja gut, machst du das mal. Hörst vielleicht nie was. Genau. Ich habe jetzt nicht wirklich gehofft, dass ich jetzt irgendwie einem damit helfen kann oder so. Da macht man sich ja dann auch gar keine Gedanken drüber. Und 2007 hat mich dann die Deutsche Knochenmarkspende das erste Mal angeschrieben. Da war ich dann in der engeren Auswahl. Allerdings hatten sie sich da für einen anderen Patienten entschieden. Und dann haben sie mich 2008 nochmal angeschrieben. Und hatten mich dann, die machen wir dann alles für den Patienten, Arztterminregeln, die alles, dann hatten sie mich eingeladen nach Frankfurt für so eine spezielle Klinik. Da hatte ich dann eine Untersuchung. Ja. Wusstest du denn da schon, um welchen kranken Menschen es sich handelt und was da los ist? Nee. Zu dem Zeitpunkt noch nicht? Nee. Zu dem, also, ja, ich hatte dann ein Arztgespräch und hatte den Arzt gefragt, für wen das denn ist oder wo die Person herkommt. Genau. Und die einzigste Info, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, war, dass es für eine Frau aus Italien ist, die 38 Jahre alt ist. Mehr wusste ich nicht. Und du wusstest nicht, was für eine Erkrankung die hat? Die hat Leukämie. Also, ah ja. So, so wie der Arzt das sagte. Die hatte Leukämie. Und vier Wochen später bin ich dann nochmal nach Frankfurt gefahren. Da war dann der Entnahmetermin. Ja. Und dann kriegst du in den linken Arm und in den rechten Arm so einen Schlauch. Aus dem einen Arm läuft das Blut in so einen Automaten. Da wird das dann von den Zellen quasi getrennt. Und in der anderen Hand läuft es wieder rein. Und so ein Vorgang dauert ungefähr maximal drei bis vier Stunden. Kommt jetzt immer auf die Körperstatue auch an. Ja. Aber da wird nur, ich sag mal, ganz laienhaft Blut abgezapft. Genau, da wird nur Blut abgezapft. Viele Leute haben die Vorstellung bei Knochenmarkspende, dass da irgendwas im Rücken gemacht wird, dass da in die Wirbelsäule reingegangen wird. Das war früher mal so. Heute läuft das über das Blut. Früher war es ja so, da hat man hier diese Flüssigkeit rausgenommen und hat die untersucht. Das ist heute nicht mehr so. So, da hast du da vier Stunden gelegen. Blut ist rausgelaufen und da ist irgendwas rausgeholt worden. Und nach vier Stunden, wie fühlt man sich dann? Ich sag mal, da fühlt es sich eigentlich so wie nach der Blutspende. Du musst ja dann erstmal, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, bleibst du noch zehn bis 15 Minuten liegen. Also ein bisschen schlapp, ein bisschen angeschlagen, eine Tasse Kaffee hilft. Ich bin dann ganz normal aufgestanden, hab mir einen Kaffee getrunken oder eine Cola, hab mir eine Zigarette gehaucht. Und dann bin ich eigentlich, doch, dann bin ich eigentlich wieder ins Hotelzimmer gefahren. Bin dann wieder nach Hause gefahren. Also ich komme aus dem Sauerland. Ja, und dann habe ich zwischendurch mal bei der DKMS angerufen, hatte mich... Genau, das interessiert einen denn ja, was ist jetzt mit meiner Spende passiert? Genau, und dann hatten die mir auch nur gesagt, ja, 38-jährige Frau kommt aus Italien. Mehr dürften sie mir nicht sagen. Und das dauert ja auch eine Zeit lang. Wenn die das der V eingepflanzt haben, dauert das ja eine Zeit lang, bis der Körper das auch aufnimmt und auch das richtig verträgt. Und dieser Zeitraum, das sind zwei Jahre. So lange? Genau, so lange. So lange, die Patienten mussten auch immer zur Untersuchung, ob das auch alles passt und so. Okay, also die Spende war 2007, wie du es gerade gesagt hast. Zwei Jahre drauf. Da sind wir auf den 2009. Genau. Und jetzt hat es nochmal irgendwie zwei Jahre gedauert. Weswegen auch immer. Jedenfalls habe ich jetzt letzte Woche Post bekommen von der DKMS. Und da hat sich die Spenderin dann halt sehr herzlich dafür bedankt und fand das sehr großartig von mir, dass ich das gemacht habe, obwohl sie uns auch gar nicht kennen. Und der Abschlusssatz war dann irgendwie aufrichtiger Dank. Und sie wird mich nie vergessen. Sie wird mich immer in ihrem Herzen haben. Und irgendwas mit Schutzengel. Das Problem ist ja, sie schreibt das auf Italienisch. Du musstest es dir übersetzen lassen. Und das wird ja dann immer weitergeleitet. Und die DKMS hat das jetzt auf Englisch übersetzt. Ach so. Und ich habe das jetzt so mit meinen Englischkenntnissen mal eben so ein bisschen übersetzt. Aber du kommst nicht direkt an die Adresse von dieser Frau. Das ist das Problem. Das machen die nicht. Genau, das ist das Problem. Und zwar hat die DKMS gesagt, oder steht auch in dem Schreiben drin, dass das in Italien, das sind ja diese Anonymitätskriterien, dass das verboten ist. Und dafür kann man bis ins Gefängnis gehen. Aber ist ja vielleicht auch egal. Toll ist ja, dass du eine Rückmeldung von der Frau bekommen hast. Genau. Mensch, du hast Leben gerettet. Das ist doch was ganz Großartiges. Ja gut, ich meine, die haben mir das jetzt auch aus meinem Bekanntenkreis gesagt. Ja, aber ich habe da hohen Respekt vor. Du hast dich immerhin typisieren lassen. Du hast dich dann nach Frankfurt begeben vom Sauberland. Du hast vier Stunden da gesessen und hast dir Blut abzapfen lassen. Das macht ja auch nicht jeder. Das finde ich schon toll. Also Hut ab. Und du hast einer Frau vermutlich, wie gesagt, die Gesundheit geschenkt und das Leben. Ja, das hat sie auch noch in dem Brief erwähnt. Ich hätte ihr neues Leben geschenkt. Und sie würde mich eines Tages unbedingt mal treffen wollen. Nur die, wie gesagt, die Italiener, die erlauben das nicht. Weil da kannst du halt für in den Knast gehen, sag ich jetzt mal. Wie ist das denn in Deutschland? Würde das denn in Deutschland? In Deutschland geht das. In Deutschland darfst du das nach zwei Jahren machen. Also muss erst mal diese zwei Jahre abwarten, wie die Spende vertragen wird. Und ein Jahr später darf man das dann machen. Ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen im Internet schlau gemacht. Und da steht das halt drin. Wie begründen die Italiener denn diese extreme Heimlich-Touerei? Weißt du das? Das weiß ich auch nicht. Ich habe mich jetzt mal im Internet, habe ich da irgendwas gesucht, von wegen Gesetze in Italien und so. Aber ich habe da bisher noch nichts gefunden. Aber ich bleibe da auf jeden Fall am Ball. Kannst du dich nicht an die Deutschen wenden? Ob die nicht irgendeine Idee haben? Die kennen sich ja nur aus. Das sind Fachleute. Ob man da nicht auch irgendwas drehen kann? Das wäre jetzt so ungefähr so der nächste Schritt. Ich habe einen ganz, ganz, ganz guten Anwalt. Den hätte ich jetzt demnächst mir irgendwie angesprochen. Ob er da irgendwie einen Rat für mich hat oder so. Ja, versuch es doch. Wenn dir das ein Anliegen ist, dann mach es doch. Ja. Wie ist das? Kann man das nur einmal spenden? Oder könnte es sein, dass du in ein, zwei Jahren oder irgendwann wieder einen Anruf bekommst? Wir brauchen sie. Es könnte sein, also man kann da mehr spenden. Das ist nun mal so, nach der Spende bist du erstmal zwei Jahre gesperrt, muss dann, die DKMS ist halt immer dafür, dass es der Spenderin und dem Patienten immer gut geht. Ich musste jetzt auch jedes Jahr, musste ich zum Arzt gehen, musste ein Blutbild machen lassen. Wahrscheinlich muss ich da irgendwas aufbauen. Ja, richtig. Und in der Zeit durfte ich, weil ich auch eigentlich immer Blut spenden gehe, durfte ich kein Blut spenden. Und nach zwei Jahren wird das dann aufgehoben und dann kann ich wieder Blut spenden oder wenn jetzt irgendwann eine Anfrage wieder kommt, könnte man wieder spenden. Winfried, Respekt nochmal, finde ich sehr toll. Danke. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass es klappt, dass du die Frau findest. Die würde sich wahrscheinlich auch freuen, sich mit dir mal zu unterhalten. Und einen netten Kontakt nach Italien kann ja auch nicht schaden. Eben. Winfried, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte, bitte. Tolle Sendung macht ihr. Dankeschön, tschüss. Gruß an dein Team. Tschüss. Sehr gerne, tschüss. 0800 220 50 50. Und diese Woche haben wir natürlich gleich auch wieder ein Thema. Und wir haben ein Thema, über das ich sehr gerne rede und ich mich sehr freue auf die Themen nach. Das Thema heißt nämlich Autos. Ganz einfach nur Autos. Ich möchte mich gerne mit euch rundherum über das Thema Autos unterhalten. Also zum Beispiel Frage, was ist euch mit oder wegen eines Autos schon passiert? Oder liebt ihr euer Auto mehr als eure Freundin oder was habt ihr in einem Auto schon alles gemacht und besonderes erlebt? Seid ihr vielleicht sogar Autohasser? Und habt ihr ein ausgefallenes Traumauto? Darüber würde ich sehr gerne mit euch reden. Also unser Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Unsere Themennacht. Das heißt Autos. Fragen und Geschichten rundherum um das Auto. Wenn ihr da gerne mitmachen wollt, dann meldet euch doch schon mal per Mail an. domian.wdr.de Oder ruft natürlich dann, können natürlich auch gerne vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Heute weiter mit der freien Themennacht. 0800 220 50 50. Oder mailt uns domian.wdr.de Diego ist hier. 30. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ich bräuchte unbedingt deine Hilfe. Ich habe Mist gebaut. Was heißt das? Ich bin jetzt wirklich durcheinander. Es geht um eine Beziehung, meine Beziehung. Ich habe hier in Deutschland praktisch meine Freundin kennengelernt. Die ist aus Kolumbien. War zwei Jahre mit ihr zusammen und es war auch alles klar. Die Freundin ist aus Kolumbien? Genau. Bist du auch aus Kolumbien? Genau. Und nach zwei Jahren musste sie ja zurück. Und ich habe ja alles dann geplant, dass ich zu ihr ziehe. Nach Kolumbien? Genau. Und dann ist sie zuerst und ich hatte noch zwei Monate vor mir. In den zwei Monaten hier ist es dann passiert, dass ich jemand anderes kennengelernt habe. Warum ist das passiert? Ja. Wenn du groß verliebt warst und sie geliebt hast, wie kann das passieren? Das ist eine gute Frage. Also das war eine Person, die ich schon kannte, die ich wusste, sie ist auch eine Topfrau und war hier. Praktisch. Ist auch aus Deutschland gewesen. Und ja, es ist einfach dazugekommen. Ging es da hauptsächlich um Sex oder auch ums Herz? Erstens nur um Sex. Ich habe mir nichts gedacht. Ich habe gedacht, es wird sowieso nichts. In zwei Monaten bin ich weg. Aber es ist immer mehr geworden, dass wir uns dann praktisch verliebt haben. Innerhalb dieser zwei Monate? Genau. Eigentlich musstest du doch in diesen zwei Monaten alles mögliche an Vorbereitung treffen für deinen Umzug. Das war auch schon praktisch alles vorbereitet. Ich habe nur auf den Tag von meinem Flug gewartet. Über welchen Zeitraum reden wir eigentlich? Wann waren diese zwei Monate? Das war praktisch Oktober bis Dezember. Letzten Jahres. Genau. Wie ging es dann weiter? Ich bin dann geflogen, habe dann die Dame hier gesagt, dass ich geschäftlich, also praktisch wegen meinem Job runtergehe und ca. ein halbes Jahr dort bleibe. Hattest du einen Umzug, Möbel oder deine Sachen auch alle schon eingeschifft? Ja, es war schon alles geplant, alles hier gekündigt. Also deine Sachen waren auch unterwegs nach Kolumbien? Genau. Und ich bin dann unten gewesen und war total anders zu meiner Freundin, klar, weil ich hatte Gefühle für die Frau hier. Lass mich kurz zwischenfragen. Während du noch in Deutschland warst, hast du doch bestimmt ab und zu mit deiner Freundin in Kolumbien telefoniert? Habe ich. Oder geskypt oder was weiß ich was. Habe ich, ja. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ziemlich unsicher, also ziemlich durcheinander. Ich wusste nicht, ob ich das machen soll, ob ich wirklich, ob das sich rentiert, ob die Frau mich unten doch wirklich liebt, wenn ich unten bin, weil hier ist ja alles anders gewesen, klar. Gut, jetzt erzähl mal weiter. Du warst dann unten und du warst ja sehr unsicher. Genau, ich war unten, war sehr unsicher und habe auch jeden Tag mit der hier telefoniert. Ja. Und mit dir gesprochen. Ja. Und habe auch gesagt, dass ich zurückkomme und nicht in sechs Monaten, sondern in drei. Drei bis vier. Bitte warte auf mich. Und sie hat gesagt, ich mache alles und warte auf dich natürlich. Drei Monate hast du angekündigt. Genau. Ich gehe mir davon aus, dass du jetzt aus Deutschland anrufst und nicht aus Kolumbien. Genau. Das heißt, du bist wieder hier. Ich bin wieder hier und wollte eigentlich einen Schlussstrich ziehen für die Frau in Kolumbien und wollte ein neues Leben anfangen hier mit der Dame hier. Und wo ich hier war, hat sie mich ein bisschen schon enttäuscht, die Dame hier praktisch, weil sie hat mir ein anderes Bild gezeigt am Anfang. Was hast du denn deiner Freundin in Kolumbien gesagt, warum du nur wieder zurückgehst? Du wolltest doch eigentlich da unten bleiben. Ja, ich wollte, ich habe zu ihr gesagt, ich muss wegen Pass und Aufenthalt Sachen klären. Und so kam eine Lüge zur anderen. Genau. Und immer tiefer. Lüge, Lüge, Lüge. Ja. Und nun? Was ist der Stand der Dinge jetzt heute? Der Stand der Dinge ist, dass ich hier mit der Dame zusammen bin und sie natürlich überglücklich, Fotos im Internet reinstellt von uns. Und klar, die Menschen, die die andere kennen, haben es mitbekommen und ihr das gesagt. Habe ich jetzt nicht verstanden. Du bist überglücklich mit ihr oder sie ist überglücklich? Sie ist überglücklich und hat auch Fotos von uns im Internet gestellt. Achso, und jetzt haben andere erzählt, hey, der Typ, der hat eine andere in Kolumbien. Und der hat die in Kolumbien angerufen und gesagt, ich dachte, ihr seid zusammen. Jetzt habe ich Fotos von ihm und ein anderer gesehen. Achso, und nun? Und sie hat mich klar natürlich gefragt, du kommst doch wieder, du hast auch schon dein Rückflugticket für Ende Mai gebucht. Du hast auch keine andere. Ich so, nein, habe ich nicht. Das hat jetzt die Frau in Kolumbien gefragt, oder die hier? Und hat jetzt die hier auch mitbekommen mittlerweile, dass du eine in Kolumbien hast? Ja, genau. So, und jetzt? Und jetzt? Das haben beide praktisch, also die dort, ich sage zu den Kolumbien, dass ich das alles lüge, klar, weil ich sie nicht verletzen will, weil sie auch noch eine Krankheit hat. Und das geht mir am Herzen. Und die hier hat gesagt, du musst, ich ziehe einen Strich drüber, wir fangen von Null an, aber du musst dich entscheiden. So, das ist ja eine richtige Ansage. Klar. So, und jetzt muss Diego sich entscheiden. Genau, und das ist ja das Problem, weil die beiden sind gleich. Ja. Vom Charakter, von Liebe, von der Person. Wobei du gerade so eine etwas kritische Bemerkung gemacht hast von der Frau jetzt hier in Deutschland, dass die doch nicht so toll ist, wie du sie am Anfang gesehen hast. Genau, aber das sind materielle Sachen, Dinge, die man ändern kann, wenn man länger zusammen ist. Also das ist nicht so, weil die dort, die raucht zum Beispiel nicht, trinkt nicht, die macht keine Partys. Und die ist hier schon am Anfang, aber jetzt nicht mehr. Würdest du denn sagen, im Prinzip liebe ich beide gleich? Zu stark. Und ich will keine von beiden verletzen. Am liebsten würde ich alleine bleiben. Aber jetzt wissen beide, beide lieben mich sehr, 100 Prozent. Die haben auch gesagt. Was sagt denn die jetzt in Kolumbien? Hat die dir auch ein Ultimatum gestellt? Ja, hat sie. Sie hat gesagt, sie kann nicht damit leben, dass sie nicht weiß, ob das stimmt oder nicht. Wenn ich zurückkomme... Achso, du hast es ihr noch nicht ganz klar gesagt, dass es stimmt. Nein. Weil du sie ja nicht verletzen willst. Ja, und wenn ich das sage, dann wird sie natürlich klar mir nie mehr vertrauen. Und dann ist sowieso alles... Ja, aber weißt du, Diego, wenn man sich schon in so eine Lügen-Schlangengrube begeben hat, dann hilft, gibt es nur ein einziges Gegenmittel, in dem man allen Beteiligten wirklich die reine Wahrheit sagt. Und da kommen wir nicht mit, ich will sie nicht verletzen und so. Ja. Das ist feig halt. Ja, ich weiß. Das klingt toll, aber es ist feige. Ja. So, und dann kommt da eine ganz andere Dynamik in das Spiel rein, wenn alle Bescheid wissen. Vielleicht sagen beide Frauen, Schüss, dass du gar keine hast. Kann sein. Ja. Das wäre mir lieber. Aber beide haben gesagt, egal was passiert ist, wir lieben dich und wir fangen von Null an. Na gut, aber du musst, das haben sie schon gesagt, du musst dich entscheiden. Genau. Und das höre ich von jedem, du musst auf dein Herz hören, du musst schauen, was am besten für dich ist, aber genau das ist es. Das Problem ist ja, dass ich auch nicht in dein Herz reingucken kann, wen du mir mehr liebst. Ja, das ist ja die große Frage. Ja. Aber aus Respekt den Frauen gegenüber musst du eine Entscheidung treffen. Ich weiß. Das musst du machen. So geht man nicht mit Menschen um, die man angeblich so verehrt und so liebt. Ja, das ist ja das. Und deswegen habe ich auch mein Ticket für Freitag jetzt geändert. Ach, das war schon für Freitag geplant, dass du wieder runterfliegst? Nein, nein, es war für Ende Mai. Ja. Aber ich wollte die Runden nicht verlieren und habe das Ticket umgehendet. Auf? Für Freitag jetzt. Ach so. Genau. Das heißt, du setzt dich jetzt selbst unter Druck und bis Freitag muss es entschieden sein? Genau, ich setze mich unter Druck, weil... Das heißt, entweder sitzt du Freitag, diese Woche Freitag im Flieger und die Entscheidung heißt, ich gehe zu der Frau nach Kolumbien. Genau. Und schüss die Frau in Deutschland. Genau. Oder du zerreißt das Ticket und bleibst in Deutschland. Genau. Und mein Herz sagt, bleib hier, hier wirst du glücklich. Mein Kopf sagt, bleib hier, hier wirst du glücklich. Aber mein Herz sagt, dort ist die Frau für mich. So, dann kann ich dir sagen, wohin du gehen musst. Ja. Dann gehst du nämlich nach Kolumbien. Ja, denn dein Herz das sagt. Das Herz weiß immer besser Bescheid als der Kopf. Aber dann darf ich mich nie mehr hier in Deutschland blicken. Warum? Ja, weil mein Gesicht ist dann nicht mehr da praktisch. Nein, dann... Ich kann mich nicht mehr in den Spiegel schauen oder zeigen. Ja, aber indem du der Frau dann sagst, okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe doch nach Kolumbien, da ist das für die Frau eine Katastrophe. Aber du hast es wirklich gesagt und du hast klare Verhältnisse in dein Leben gebracht. Ja, ich weiß. Du bist zögerlich. Ich weiß. Du lavierst. Ja, ich möchte keinen verletzen und ich liebe beide, das ist das Problem. Ja, aber du hast beide lange hinters Licht geführt. Ja. Das sind immer so die Aussagen. Ich liebe beide, aber man ist beiden gegenüber nicht ehrlich. Ja, das habe ich zu meiner Mutter auch gesagt. Ich habe zu ihr gesagt, wenn man kein Dieb ist und irgendwo hinfliegt und ein Koffer hat mit gestoltenen Sachen aus Versehen bekommen, dann kann man auch nicht sagen, ich weiß nicht, ich bin da reingefallen. Und so bin ich lieber reingefallen. Eine wichtige Frage ist ja auch, wo möchtest du denn perspektivisch gerne dauerhaft leben? Eher in Deutschland oder in Kolumbien? Weiß ich nicht. Ja, ist ja auch eine wichtige Frage, finde ich. Also nur von Liebe und Luft ist ja nur mit. Klar, also meine Mutter wünscht sich, dass ich hier bleibe bei ihr. Die Mutter wohnt in Deutschland, ja. Genau, aber hier und dort ist es gleich für mich. So, lieber Diego, die Entscheidung musst du ganz einsam für dich alleine treffen. Ich weiß. Kein Mensch der Welt und ich auch nicht kann dir da konkret helfen, außer dass man dir sagen muss, dass du dich entscheiden musst und das nicht auf keinen Fall noch länger mehr hinzögerst. Das ist schon ein guter Trick mit dem Ticket auf Freitag. Das setzt sich wirklich unter Druck, etwas zu entscheiden. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung. Eine richtig gute Entscheidung für dein Leben. Okay, super. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Wir sind wieder da und ihr könnt uns jetzt jede Nacht wieder erreichen zwischen 1 Uhr und 2 Uhr hier in 1Live und im WDR Fernsehen zu unserer Talk-Sendung und heute ist wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Hier ist Olaf und Olaf ist 38. Hallo Olaf. Ja, hallo. Olaf, um was geht's? Ja, ich habe eine Arbeitskollegin und wir wohnen auch zusammen und da habe ich irgendwie Probleme, sage ich mal. Stopp mal, stopp mal, stopp, stopp, stopp. Sprichst du mit Freisprechanlage? Ja. Ja, schalte die mal aus. Das ist halt und das ist ganz unverständlich. Ist das jetzt besser? Kannst du nicht normal reden mit dem Hörer? Ja, den habe ich jetzt da dran. Okay, dann ist es ein bisschen besser. Ja, genau. Leg mal los. Ich habe also eine Arbeitskollegin, mit der ich auch zusammen wohne und sie ist zwar jünger als ich, aber ich sage mal, die Chemie, die passt eigentlich gut. Also sie hat irgendwie Angst, eine festere Beziehung einzugehen und ich weiß jetzt nicht, was ich da machen soll. Du lebst mit dieser Arbeitskollegin, wohnst du zusammen? Ja, genau. Quasi in der WG? Ja, richtig. Wie alt ist sie? 26. Ja, wie lange wohnt ihr schon zusammen? Gutes halbes Jahr. Und seit wann bist du verliebt? Ja, so seit drei, vier Monaten haben wir schon mit sie, ja, so vier Monate kann man sagen. Ist sie in dich auch verliebt? Ich denke mal, ja. Das würde... Wenn wir so Zeit haben zwischendurch, es war ein Wochenende oder was, dann haben wir Unternehmen auch viel zusammen und haben auch eigentlich Spaß dabei auch. Ja, das heißt, ihr seid euch auch schon näher gekommen? Ja. Aber nur, ich weiß nicht, wie ich ihr das so sagen soll, weil wir hatten uns mal darüber auch unterhalten über dem Thema, weil sie halt irgendwie im Kopf erstmal Karriere machen und dann an heiraten oder an eine Beziehung zu denken. Naja, man kann ja nun Karriere machen und kann trotzdem einen Freund haben. Das widerspricht sich ja nun nicht so sehr. Ja, das ist richtig, aber die Vorstellung hat sie aber irgendwie, denke ich mal. Und da weiß ich nicht, was ich jetzt irgendwie machen soll, weil, ich sag mal, die Gefühle bei mir sind ja eigentlich schon was stärker auch. Hast du Sorge, wenn du ganz klar dein Herz auf den Tisch legst, dass sie sagt, nee, ich will das aber nicht? Ja. Dass sie gerne so ein bisschen rumtuchtelt und macht und aber keine nähere Sache eingehen möchte? Ja, genau. Was ist denn das für ein Job, in dem du und sie, in dem ihr da arbeitet? Das ist ein Kurierdienst. Ja. Das heißt also, wir fahren zum Beispiel für die Post oder so fahren wir Sachen und da sind wir eigentlich so, dass wir nachts beide unterwegs sind und tagsüber zu verschiedenen Zeiten halt. Verstehe. Oh, jetzt komm mal im Ernst. Das ist doch Quatsch, davon zu reden. Sie will Karriere machen und kann deshalb sich nicht auf eine Beziehung einlassen. Was ist das denn? Das ist doch Unfug. Ja, das ist schon richtig, aber nur, ich sag mal, sie hat ja damals wohl auch Architektur studiert und sie will irgendwann auch mal später irgendwie sich selbstständig machen, aber ich sag mal, das wird ja auch noch einige Zeit dauern, bis sie das mal machen kann. Ich sag mal, sie hat auch noch Sprachprobleme und wo ich ihr auch bei helfe und so. Moment, sie hat Sprachprobleme? Welche Art? Ja, sie ist ja deutsch und sprach noch nicht so ganz mich. Achso, sie kommt aus dem Ausland. Ja, genau, sie kommt aus Litauen. Ah, verstehe. Ah ja, jetzt verstehe ich. Da hat man vielleicht andere Vorstellungen von Karriere machen und versteht da auch ein bisschen was anderes drunter, als wenn wir das so formulieren. Genau. Könnte sein. Wie kam das denn überhaupt, dass ihr zusammengezogen seid? Ja, sie hatte vorher einen anderen Job gehabt und da hat sie eine Bekannte kennengelernt, weil sie da kein richtiges Geld verdient hatte. Und da sagte sie, hier mal ein Bekannter von mir, der sucht noch Fahrer. Wenn du willst, kann ich ja mal nachfragen. Und seitdem ist er eigentlich auch bei uns dabei, dass er mitfährt auch. Ja, aber wie kam es, dass ihr denn auch noch zusammengezogen seid, das meinte ich? Ja, weil sie nur ein Zimmer hatte und sie hatte auch keinen richtigen Platz da drin gehabt. Okay. Und sie suchte halt selbst auch eine Wohnung noch. Also, ich fasse zusammen, da sind zwei Leute, die wohnen, die wohnen zusammen, die arbeiten auch zusammen. Er, Olaf, ist irgendwie schon ziemlich heftig verknallt in sie. Ja. Die beiden machen auch so ein bisschen was miteinander und da funkt es auch ein bisschen. Aber der richtige Schritt hin zu einer Beziehung ist noch nicht passiert, weil du Angst hast, sie könnte dich abweisen. Ja, genau. Aber du bist sehr verliebt. Ja. Dann musst du es auch sagen. Ja, nur ich habe aber dann auch die Sorge, ich meine, wir haben wirklich, die Chemie, die stimmt ja auch zwischen uns. Ja. Dass du dann sagst, weißt du, weißt du, ähm. Deswegen frage ich, Olaf, wenn du sagst, du bist sehr verliebt, das kannst du doch gar nicht unterdrücken. Du arbeitest mit dir zusammen. Fahrt ihr zusammen auch Kurier? Ähm, ja, wir fahren dieselben Strecken. Aber nicht zusammen in einem Auto? Nein, nein. Nein. Okay, aber ihr seht euch regelmäßig und täglich in der Wohnung. Ja, genau. Ihr habt die Wochenenden frei. Du bist verliebt. Du hast die Frau immer zu wie den Speckwürfel vor der Nase. Äh, da musst du doch irgendwann was sagen, sonst wirst du doch verrückt. Oder du musst es so unterdrücken und dich nach einer anderen Frau umsehen, dass du gar nicht in die Versuchung gerätst. Mensch, sag es ihr doch. Mal sehen, wie sie reagiert. Vielleicht ist die Sache schnell erledigt und sie sagt, und sie freut sich. Oder sie zieht eine klare Grenze und dann werdet ihr beiden euch auch schon wieder arrangieren können mit der neuen Situation. Also ich würde es machen, Mensch. Du bist 38 Jahre, du kennst dich doch im Geschäft des Verliebtseins sicher aus, oder? Das ist schon richtig, das ist klar. Riskiere es. Zur Liebe gehört auch immer ein Risiko eingehen. Ja. Musst du machen. Vielleicht wird es ja gut. Und dann ist es das wert. Das ist schon richtig. Olaf, viel Glück. Ja, danke dir. Tschüss. Tschau. Tschüss. Und Judith, 21, guten Morgen. Ja, hallo. Ach, hallo. Judith, du klingst aber traurig. Ja, aber ich heiße nicht Judith. Das heißt Julia, nicht Judith. Ich habe nicht verstanden. Das heißt Julia, nicht Judith. Ach, Julia, entschuldige bitte. Ja. Julia, schreib die es mir genau auf. Aber 21 stimmt. Ja. Und weswegen rufst du mich an? Ich bin, ich habe gesagt, ein bisschen aufgeregt. Ich bin, ach, keine Ahnung. Also ich habe das früher immer mit meinem Ex-Freund, wenn wir nicht schlafen konnten, haben wir die Nacht geguckt. Und jetzt habe ich dann, ist mir das eingefallen. Dann habe ich gedacht, ich rufe halt an. Ich weiß auch nicht. Und was ist? Mir ist jetzt voll unangenehm eigentlich. Ach, egal. Komm, red einfach mal darauf zu. Was ist denn geschehen? Ja, also er ist jetzt heute, also jetzt, jetzt ist er schon gestern, gestern am Nachmittag gestorben. Gestorben? Ja. An was? Also man weiß jetzt noch nicht so genau eigentlich, muss man gucken, also, ja. Wie alt ist er gewesen? 29. 29. Und er ist gestern Nachmittag gestorben? Mhm. Also, er wurde halt in der Wohnung gefunden, aber der ist wohl schon ein paar Tage vorher gestorben. Jetzt habe ich am Anfang das nicht richtig verstanden. Wart ihr noch zusammen oder war es dein Ex? Nee, 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 nee. Das ist schon lange, also lange vorbei, also schon, ähm, ein, zwei, äh, zwei, haben wir jetzt 2011, ja, also eineinhalb Jahre, zwei Jahre, im Oktober zwei Jahre. Ach so, zwei Jahre getrennt. Und wie lange wart ihr damals zusammen gewesen? Drei Jahre. Na ja, immerhin, das ist ja keine kurze Zeit. Von wem hast du das erfahren, dass man ihn tot aufgefunden hat? Ähm, ein Freund von ihm hat ihn gefunden und der hat seine Freundin angerufen und bei der war ich gerade zufällig, also die hat ich gerade zufällig auf der Straße getroffen. Und keiner weiß, was, was passiert ist? Ja, der war wohl halt krank, aber, ähm, der ist dann, also jetzt kann man halt sagen, dass er irgendwie, keine Ahnung, ehrlich gesagt, schaue ich mich gerade drüber. Ich weiß nicht, ob man da einfach drüber reden kann. Das hören jetzt voll viele Menschen. Jetzt, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich mag auch nicht, ich weiß nicht, ich hatte einfach das Bedürfnis, mit jemandem zu reden, den das nicht betrifft, weil er alle um mich herum betrifft, irgendwie, aber, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man da einfach drüber reden kann, weil es mir fällt gerade auf, dass es ja auch Menschen andere hören und wenn, ich weiß nicht, ob man einfach über jemanden tot und nicht so reden kann, keine Ahnung. Ich finde schon, dass man das machen kann, wenn man das respektvoll tut und, äh, das wirst du ja tun, äh, dann kann man da schon drüber sprechen. Und wir reden ja auch, auch natürlich über deine Situation und dein Gefühl. Äh, kann man denn sicher sein, dass kein Verbrechen vorliegt? Ja, ja, schon. Das schon. Also, der ist wohl, was man bis jetzt weiß, halt irgendwie im eigenen Erbrochenen erstickt oder so. Wie war denn, wir müssen ja gar nicht so sehr viel über ihn sprechen, sondern lass uns mehr über dich sprechen. Wie war denn dein Verhältnis in der letzten Zeit, nachdem ihr getrennt wart? Wie war euer Verhältnis? Ja, nicht mehr gut, also wir uns getrennt hatten schon noch und dann, ähm, wir hatten uns getrennt und dann war es auch gut und dann haben wir dummerweise jeder was miteinander angefangen, obwohl er auch schon jemand Neues hatte. Und, ähm, dann ging das auch ein paar Monate lang und, also sie wusste auch nichts davon. Und, ähm, dann ist es halt irgendwann ausgeartet, eskaliert und dann haben wir uns eigentlich nur noch gestritten. Und das finde ich halt auch ganz furchtbar, weil es, also mir war es in der letzten Zeit, so das letzte Dreivierteljahr war es mir einfach egal. Ich war, also, ich habe ihn nicht mehr wirklich groß gesehen und ich war jetzt, ich habe ihm nichts Böses gewünscht und nichts Schlechtes, aber ich war einfach froh, dass ich endlich meine Ruhe hatte und das war einfach so, dass ich, ähm, ja, keine Ahnung, also, aber das war halt, er war ja trotzdem noch da und jetzt ist es halt so, jetzt denkst du mir, die letzten Gespräche, die wir hatten, haben wir uns gestritten und jetzt, ich weiß nicht, sonst hatte ich halt irgendwo nicht so aus, wenn es in zehn Jahren gewesen wäre, mich vielleicht noch mal auszusprechen und jetzt geht es halt nicht mehr. Ja, habt ihr das letzte Dreivierteljahr gar keinen Kontakt mehr gehabt? Nee, ich habe, also, ich habe gesehen, dass, also vor zwei, drei Wochen hat er angerufen, da habe ich ihn weggedrückt, das finde ich noch schlimmer, weil ich ihn einfach, ich weiß gar nicht, was er wollte, ich wollte, keine Ahnung, vielleicht wollte er auch, ich weiß nicht, was er wollte. Aber man kann ja sagen, dass du aus dieser erneuten Beziehung, die ja so ein bisschen da aufgeflammt war, da wolltest du raus, weil es nicht funktioniert hat. Kann man das so sagen? Ja, das wollten wir beide, ich weiß auch nicht, dass es halt irgendwo eskaliert dann. War er denn, hast du das denn noch mitbekommen, hatte er denn eine Erkrankung? Nee, also jetzt, also, keine Ahnung, jetzt hat man halt gesagt, also man weiß es jetzt noch nicht lange her, wohl irgendwie Nasen, Nebenhüllen, keine Ahnung, Entzündung gehabt oder so, aber halt nichts Limit. Hältst du es denn für möglich, dass er sich das, selbst das Leben genommen hat? Nein, das glaube ich nicht, dass er es nicht für jemand gewesen ist, obwohl er, ich weiß nicht, in den letzten, ja, halt irgendwie verändert hat, irgendwie nicht mehr. Also tappst du oder ihr, die Freunde schon im Dunklen, was genau passiert ist, warum er an dem Erbrochenen, vielleicht hat er zu viel getrunken oder hat Drogen genommen? Nee, nee, das ist auf gar keinen Fall, dass er halt wirklich irgendwie, halt wirklich richtig krank war und dass er halt dann vielleicht irgendwie, dass ihm halt so schlecht ging, keine Ahnung, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also eher wahrscheinlich ein Unglücksfall, dass er gar nicht eine tödliche Erkrankung hatte oder eine schwere Erkrankung, sondern irgendwie ein Erbrechen hatte und daran vielleicht dann, daran er gestorben ist. Ja, schon. Jetzt kann ich sehr gut verstehen, dass du sagst, wir haben gestritten und unsere letzten Gespräche waren Streitereien und dann habe ich ihn nur noch weggedrückt. Nee, wir hatten gar nichts mehr miteinander zu tun, sonst die letzte Zeit war, er hat halt angerufen irgendwann noch und, also wir hatten ewig jetzt nichts miteinander zu tun und er hatte irgendwann angerufen und dann, also ich habe keine Ahnung, vor zwei, drei Wochen und dann, jetzt habe ich erst recht nicht schlechtes gewesen, dass ich ihn weggedrückt habe. Das war auch nicht, also ich habe das auch vorhin einer Freundin erzählt und sie hat gesagt, es hätte auch nichts geändert. Ich hätte wieder genauso, also ich hätte wahrscheinlich auch nicht freundlich mit ihm geredet, weil ich einfach keine Lust hatte die ganze Zeit mich auch, also... Weißt du, ich glaube, ich glaube, dass es jetzt so ein Unglücksfall, den natürlich niemand vorhersehen konnte. Du bist jung, er ist jung, er war nicht krank, dass so eine Katastrophe passiert. Du hast ja fast schon eine Forderung an dich, als wärst du ein Buddha, eine ganz weise Frau, dass du all das vorher hättest bedenken müssen. Das kann man natürlich nicht. Ihr hattet eine kaputte Beziehung und ihr hattet nicht mehr viel miteinander zu reden, so wie das tausende von anderen Menschen auch haben und dann will man sich ja erst mal ignorieren. Und dann ist das auch, glaube ich, völlig in Ordnung, wenn man dann auch mal jemanden wegdrückt. Das ist auch okay. Wer tut das auch? Ich weiß nicht, wer tut das jetzt auch für... Wer hat das nie? Also seine neue Freundin, also ich hatte davor nichts mit ihr zu tun, also ich mochte sie davor schon nicht und das hatte dann nichts zu tun, dass sie danach zusammen waren. Ich mochte sie dann schon davor nicht und ich mochte sie dann auch nicht. Aber jetzt tut mir das schon leid, weil er wohl erst vor einer Woche mit dir Schluss gemacht hat und ich weiß, wie es mir geht und mir war er das letzte Jahr eigentlich egal und das tut mir furchtbar viel leid. Ich glaube ja, dass man natürlich im Nachhinein ist man immer schlauer und im Nachhinein denkt man immer, ach, hätte ich das und das gemacht. Aber du wusstest ja die ganzen Zusammenhänge nicht, die dann passieren würden. Ganz objektiv gesehen brauchst du dir kein schlechtes Gewissen machen. Ich glaube allerdings, dass du unter großem Schock im Moment auch stehst. Da ist jemand gestorben, mit dem du zusammen warst und dann seid ihr auch noch im Streit auseinandergegangen. Da ist man natürlich, da ist man wirklich durcheinander und sehr traurig. Aber du hast ja gerade selbst was sehr richtiges gesagt, selbst wenn du rangegangen wärst, hättet ihr ja wahrscheinlich wieder gestritten. Ja, wahrscheinlich schon. Also hätte man es gar nicht richtig machen können? Wenn er gerade sehen würde, dass ich angerufen habe, würde ich dem Frühstück lachen, weil wir das so oft nachts geguckt haben, wenn wir nicht schlafen konnten. Der wäre bestimmt, keine Ahnung. Hast du denn jetzt mit ein paar Leuten, hast du ein paar nahe Menschen, die ihn auch kannten, mit denen du darüber reden kannst? Ja schon, das finde ich noch schlimmer eigentlich, weil es mir, weil ich auch manchmal rede ich, also eigentlich geht es mir, die meiste Zeit geht es mir jetzt gut und dann ist so eine Phase, dann geht es mir total schlecht wieder, dann geht es mir voll nah und dann geht es mir wieder gut. Aber ich möchte auch nicht die anderen Menschen, weil ich weiß, dass sie selber das betrifft. Meine Mutter war zwar am Ende auch wirklich furchtbar sauer auf ihn, aber ich habe selber gesehen, wie sie vorhin zusammengebrochen ist. Auch meine Mutter, sie war das wie ein drittes Kind irgendwie die ganze Zeit. Das ist ja auch... Aber ich möchte, dass wir dich auf jeden Fall jetzt gleich nochmal anrufen. Das macht mein Psychologe, der Inga. Und dann könnt ihr in Ruhe nochmal weitersprechen. Ja? Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, das war schon. Alles Gute, liebe Julia. Wir melden uns gleich. Du legst bitte auf. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war es für heute in der Technik. Tobias Linke, morgen sind wir wieder da. Freitemennacht ab 1 Uhr und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter 0800 220 50 50. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao.